Kümmert sich eigentlich noch mal irgendwer ums Essen? Weil das ist irgendwie immer so das Problem. Nein, 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 bitte nicht, bitte nicht. Ich bin gerade beschäftigt. Keine Zeit. Oh, wo ist denn meine Wunde? Jana, brauchst du da noch Schwarzeiche? Dann bringe ich dir noch mal mit. Hä? Sag mal, irgendwo hatten wir doch hier Kartoffeln. Juju brauchte Schwarzeiche, glaube ich, oder? Wie war denn das jetzt? Irgendjemand hat doch gesagt, er baut mit Schwarzeiche. Nee. Oder? Nee, Juju brauchst du nicht. Ich dachte, Jana wäre es gewesen. Nee. Nee. Wo sind denn hier die Kartoffeln nochmal? Ich hab Schwarzeiche. Ja, ich bin jetzt gerade hier am abfarmen. Ja, ich brauch Schwarzeiche hier noch für mein Haus. Kitty, du hast doch eine Ahnung davon. Ja, ich brauch für die Windmühle jetzt Schwarzeiche und ähm... Wer, ich? Hast du jetzt gerade Jenny gesagt? Nein. Ich hab Kitty gesagt. Was? Wer? Ich finde die Karotten nicht mehr auf unserem Feld. Ich weiß nicht, ob sie fertig sind oder nicht. Die Kartoffeln meinst du? Äh, ja, mein ich doch. Ja, die müssen aber da sein, ne? Ja, ich weiß, dass die da sein müssen, aber ich bin sie trotzdem nicht. Ja. Mach mal die Augen auf. Ich muss mir jetzt erstmal noch... Mach mal die Augen auf. Ich hab grad schon gesucht, verzweifelt, ging ich meine Runden über das Feld, aber ich hab nichts gefunden. Das hat sich gereimt. Mensch, die Kartoffeln hab ich doch extra für dich mitgenommen. Warum? Ja, ich weiß, das kann ich mir irgendwie... Ähm, Baum. Ähm, lenkt's grad irgendwie? Ich kann nichts aufsammeln. Ja, ich kann auch nichts aufsammeln. Bei mir geht das... Ne, ich hab... ich hab Inventar... ich hab keinen Inventarplatz mehr. Ne, ich hab... ich hab noch was... Ich kann auch nichts aufsammeln. Bitte nicht so wie der Absturz. Ne, das ist wahrscheinlich grad... Ja, das ist ja kein Absturz. Bei mir bleiben alle stehen. Es ist nur fast der Timeout. Bei mir steht... Bei mir steht... Nein, kann auch nicht sagen. Oh, jetzt kann uns das wieder gehen. Oh, die ist zurückgebacken. Ja. Oh. Gelapet. So, das da und das da. Und den. Oh, wesentlich mehr Diuret. Sind dat hier Kartoffeln? Die waren doch ganz hinten am Haus vorbei und dann ganz hinten, ne? Ja. Wer hat das angezündet? Ja. Wer brennt das? Ja. Eine Flamme. Aus Stein. Aber ich kann das nicht erkennen, ob das... Ist ja auch wurscht eigentlich. Warum brennt das? Braucht ja kein Mensch. Alles brennt. Warum brennt das? Das ist mega unlogisch. Jetzt ist es ausgegangen. Da sparst du einen Blitz. Oha! Was hat sie jetzt schon wieder gemacht? Was geht denn jetzt ab? Aha, Jana ist Wunderwutzi. Hey, das war für Juju, nicht für dich. Leute. Du vergisst, dass ich hier auch wohne. Leute. Oh, Juju. Wir brauchen eigentlich noch einen Namen für unsere Stadt. Bis jetzt heißt sie nur Mittelalterstadt. Bage. Ja, reicht doch. Es heißt Bage. Oder Bagel. Motherfucking Bage. Okay, die Bagelstadt. Die heißt Bagel. Bagel. Nein, nicht Bagelstadt. Bagel. Einfach nur Bagel. Nein, Bagelstadt. Bing. Baum. Busch. Wir brauchen Abstimmung. Dankeschön. Juju, bist du denn schon... Ach, da. Hast du schon Steilziegel gemacht? Ja. Aber ich brauche noch mehr, finde ich. Ja, tief. War sogar schon bei uns im Haus, Niki. Und hab mal geguckt. Und hab mal geguckt. Juju, Juju. Was denn? Ich war sogar schon bei uns im Haus. Und hab mal geguckt. Habe ich das gerade gesagt? Sorry, ich war vom Trainer auf. Ups. Okay, Juju, du wohnst ab jetzt allein. Wie? Warum? Nein. Ich habe eine Freunde. Hör, lass das nicht in der Gegenruhe. Hey, das ist unsere Reserve, wenn wir sie groß lassen werden. Wenn wir sie groß lassen werden. Wenn sie groß werden, dann können wir daraus Fleisch ziehen. Nur für uns. Ja, stimmt. Wir haben da die Füße. Wo bist du so schnell hergekommen, Rocky? Ich dachte, du wärst noch nicht da. Sieht das nicht toll aus, Baum? Aber ist okay, dann lass mich halt hier alleine. Guck mal kurz, was Jenny da macht. Rocky, jetzt musst du Juju eine Blume geben. Nein, ich will keine Juju. Hä? Was habe ich denn jetzt schon wieder gemacht zur Juju? Du bist auch ausgezogen. Ich bin gar nicht ausgezogen. Hallo? Ich war gerade da noch drin. Ja, aber du wolltest ausziehen. Ist das nicht schön, dass ich wieder da bin? Nein. Hast du jetzt diese schönen Stufen? Ja, ich habe die ja schon vorne dran gebaut. Ich habe 28. Ach, Lissi, 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 Lissi. Wo bist du so? Guck mal, was ich noch für meine Kifte hatte. Ja, das passt schon so irgendwie. Ja, ist egal. Der macht uns ja alleine, wenn du so viel Begeisterung zeigst. Ne, was soll ich denn jetzt? Hä? Was soll ich denn noch machen? Ist zu schnell gekommen, ich wollte noch mehr Hühner reinsetzen. Erkirn, meine Form ist richtiger Mist. Abreißen. Wuhu! Wie finde ich jetzt denn zu der Farm hin? Es liegt... oder? Oh, die stand bei mir in der Luft. Nee, es leckt auch nicht. Es reicht, wenn du eine Treppe dahin setzt, ne? Juju? Ja. Wollen wir Leitern für nach oben zu kommen oder wollen wir eine Treppe? Ja. Mir fällt gerade auf, dass da ein Baum steckt. Was denn? Ja. Leiter. Leiter. Also, wie du magst, mir ist das egal. Machen wir die Leiter einfach hier hin, wo ich das Ding vorhin schon hatte. Und dann können wir hier hoch. Und zack. Nee, da ist doch kein... Kannst du mir nochmal Ton beraten? Hier. Haben wir noch Ton? Ja, ich hab den hier reingelegt schon. Wie viele Stufen hast du jetzt? Gar keine mehr. Was? Ja, das ist... Wir brauchen jeweils vier für eins. Komm mal, wie gefällt dir das jetzt? Also, diese Zwischenräume, da muss ich noch ausfüllen. Aber gefällt dir das? Warte mal, ich muss das mal ganz kurz wegmachen. Dass man sieht, welche Löcher da noch drin sind. Ups. Oh oh. Kannst du das kurz wegmachen? Oh, hier ist eine Stufe reingepflogen. Ja, die hab ich gemacht. Achso. Wollte nämlich eigentlich so hin. Nee, macht jemand bitte mal... Ich laufe überall die Hähnchen rum. Egal, was ich brauche. Okay. Du und deine Freunde sind frei. Ja, sie haben mich verlassen. Ähm. Wie waren doch mal die Nachhause-Koordinaten? Nachhause, nachhause, nachhause. 186 und 140. Und 140 war wohl im Plus. Guck mal jetzt nach vorne. Geh mal hier auf den Baum und spring nochmal hier rüber. Sieht das schon gut aus? Von vorne? Äh, auf den Baum und spring nochmal hier rüber. Oh Gott, ich muss sterben. Ja, ich würd halt schon sagen, oder? Ja. Oh, da ist ein Villager-Haus. Also, ich würd sagen, das kann man so lassen. Mhm. Fürs Erste. So, geh mal alle schlafen, bitte. Ah, ne. Geht dieser nicht da? Äh, ich lock mich kurz aus, weil ich will nicht sterben. Hilfe. Oh mein Gott. Oh, das will mich holen. Wolltest du dich nicht auslocken? So. Sekunde. So. Creeper. Alle ins Bett. Jetzt hab ich mein eigenes Bett. Was ist? Ja. Mit Wollchen. Mit. Niki, kommst du mal bitte gucken? Was ist das für eine Lampe? Äh? Die ist ja. Ähm. Schlafen kommen. Ähm. Warte, warte, warte. Ich hab ne Idee. Ne Idee. Ich hab ne Idee. Ich repariere sie. Nein. Damit doch nicht. Immer noch schlafen kommen. Wir kommen. Ja. Ich finde, das sieht so viel schöner aus. Genau. Wir haben es tausendmal schöner gemacht. Jana liegt nicht. Doch, ich liege. Aber ich seh dich nicht in einem Bett. Ach doch. Hä. Ja. Ich hab woanders geschlafen. Ach, sie hat ihr... Hallo? Warum brennt ihr? Warum brennt ihr? Hallo, das ist Anna. Sie ist ein... Wer macht das Feuer? Wer hat den Hund angezündet? Das war Juju. Armer Hundi. Ich hab den Hund nicht angezündet. Das ist mein Hund. Ich hab die Werkbank angezündet. Ey, wer hat meinen Hund angezündet? Das war Juju. Ich hab die Werkbank angezündet. Ich hab die Werkbank angezündet. Ich hab die Werkbank angezündet. Ja, du kannst kommen. What the hell? Wer hat denn jetzt hier was angezündet? Hier wird nichts angezündet. Sag das mal dem kleinen Kind. Hat jemand Fleisch für meinen Hundi? Ich hab die Fleisch für einen Mann. Das ist ja mit dem Hund. Nö, da steht ein Krieg. Juju hat mein Hund angezündet. Ich hab die Werkbank angezündet. Und mein Hund. Hier wird einfach nichts angezündet. Ist okay. Nichts anzünden. Ich hab den Creeper. Legt direkt neben unserem Haus. Ich hab ihn nicht in die Luft gesprengt. Juju, gehen wir hin. Willst du noch Toren sammeln gehen? Mir egal. Ich hab schon wieder kein Essen. Tringen wir es mit. Was ist denn los, Juju? Nichts. Ich geh Ton breiten. Nichts. Okay. Wer diese Laterne in Zukunft nicht mehr anständig zusammenbaut, den find ich raus und der fliegt. Ich war's nicht. War gar nicht da. Äh. Dann sollte man sich wenigstens die Zeit nehmen, wenn man es nicht direkt reparieren kann, das später wieder zu reparieren. Die war ja schon kaputt. Ja, ist doch wurscht. Eingürtzt. Steht auch Stein. Was ist denn das für ein Zaun gewesen? Äh. Schwarzeiche. Hat jemand noch einen Schwarzeichenzaun? Ja, ich hab einen dabei. Ich hab Schwarzeichenblöcke. Was, du bist gerade dabei? Du machst das schon? Ich hab einen dabei. Ich geh gerade hin, ja. Ein Klosternblöckchen hab ich mir auch gerade schon geholt. Okay. Das ist nur noch. Wenn die Klostern ist ich wieder da. So. Gut, dann brauch ich jetzt nur noch was zu essen. Äh. So, und dann dezimiere ich mal unsere Schwein- und Schaffarmgedöns. Ich bin echt ein Mörder. Guckt euch das an, wie ich hier durchrasiere. Hocki. Schließ, ja. Wenn du springst und dann schlägst, dann schlägst du immer nur ein Tier, dann verletzt du die anderen nicht gleich mit. Vielleicht möchte ich ja alle verletzen. Ja, ja. So, jetzt guck ich mal ganz kurz hier rein. Und hier drin ist kein Öfen. Hier ist nix, da ist nix, da ist nix. Da machst du keine Kohle. Ich hab die ganz zerbrannt. Du denkst, wie die Betten bleiben, die im gesamten Schlafsaal, oder machst du schon auf, bei dir dein eigenes Bett? Ich würde sagen, wir lassen die Betten da drin und jeder macht sich sein eigenes Bett. Ich hab oben noch ein... Nein, ich hab... Warte, war's? Oh, Leute, auf unser Haus kommt mittlerweile schon der Deckel drauf. Und wir sind ja nicht die einzigen, die jetzt mittlerweile ein Haus bauen oder angefangen haben. Es wächst und gedeiht ein wenig unsere kleine Mittelalterstadt. Ich würde mich auf jeden Fall sehr bei den Kommentaren und deiner Bewertung freuen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Dankeschön fürs Zusehen und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal.